da oben da so in der Ecke der da oben geht mir schon ziemlich auf den Keks ich frau mich auch ey Kole kannst du mal hier bleiben bitte hier kannst du nein gut ja so viel dazu wir machen hier unten alles zu denn ist safe dann ist es nämlich auch so safe dass man Woodframes braucht Zack Kraft ja ich bin mit meiner Hausbauaktion immer noch nicht viel weiter so oh oh ungut kannst du das bitte unterlassen alter was war das für ein Geräusch hallo könntet ihr das mal bitte lassen meine Leiter ist auch kaputt ähm ja so so war das eigentlich nicht geplant jetzt eigentlich wollte ich sagen wir müssen den Wald da schroten denn ist bald Tag 14 und Tag 14 bedeutet Horde und Horde bedeutet Ärger Spritz 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 die beiden zusammen auf einem Haufen gefallen mir echt überhaupt nicht und die da hinten sind so ein bisschen die sind mir jetzt erstmal egal oh herbal antibiotics ich fände es cooler wenn ihr meine Hütte hat er mich echt nicht gesehen obwohl ich direkt neben ihm stehe kannst du jetzt mal bitte stand mich ruhig mal hallo kann doch nicht dein Ernst sein ja wir müssen das Auto hier unbedingt abbauen ey das mal platt machen hier so äh drei Minuten aufgenommen fast vier und noch nicht einen gescheiten Satz rausgebracht ja die haben mich jetzt quasi mal ein bisschen bisschen aus der Bahn geworfen die Juten so äh so ähm ich habe hier was gesammelt und angefangen zu bauen und und noch die Taschenpile von oben können wir hier mal eine Forge anfangen zu setzen dafür wäre es jetzt aber super cool wenn bei diesem Live Let's Play auch Zuschauer wären äh dann hätte ich diese Zuschauer noch nicht fragen können wie sieht denn das aus muss ich erst den Land Claim Block setzen habe ich den überhaupt noch habe ich den schon gescrappt war ich so clever oder muss ich die Forge irgendwie anderweitig ich habe den Land Claim Block gescrappt oder Scheiß ja ich glaube ich habe den wirklich gescrappt und ja 0,7% verworfene Frames gut das ist nicht viel aber warum ist jetzt die Frage essen wir schon was nein wir warten noch ein bisschen warum habe ich verworfene Frames ja gut also fangen wir jetzt mal ein bisschen an warum ist da oben nein da oben in der Ecke so ein komisches Logo diese Thematik Respect Your Creators von YouTube wie gesagt betrifft mich immer noch nicht ich glaube ein Video hat es jetzt erwischt zwischenzeitlich haben sie einfach mal generell gesagt dass ja Creator unter einer bestimmten jetzt lass mich lügen ich glaube Abo Grenze waren oder Watch Time irgendwas war da festgesetzt die dürfen gar keine Werbung schalten und ja jetzt bin ich auf jeden Fall wieder freigegeben ich darf Werbung schalten aber jetzt kommt's aber die halt nur wenn die für alle werbetauglich ist das wird geprüft und bla und so und da kommt jetzt halt dieses Problem mit diesem Algorithmus und so ich will weiß Gott mit euch kein Geld verdienen macht das hier alles zum Spaß und so aber ich finde es halt einfach Arschloch von YouTube sowas abzuziehen schließlich wäre YouTube ohne die den Content einfach nichts ohne den Content wäre YouTube ja kein YouTube wird ja keiner gucken entsprechend sollten die sich auch ein bisschen dankbar schätzen dass wir uns hier hinsetzen und ja auch ich als kleine Leuchte mich hier hinsetze und ja ein bisschen was an Content für deren Plattform produziere meine Meinung deswegen möchte ich so weit es gehend mehr auf Twitch machen www.twitch.tv slash knichnet Link ist glaube ich in der Videobeschreibung wenn nicht guckt mal im Kanal da ist oben in der Kanal Info da ist oben in der Ecke so ein Logo von Twitch da hab ich euch verlinkt da hab ich generell ein paar Links gemacht da könnt ihr mal reinschauen falls ihr Interesse habt und ja deswegen möchte ich mehr hier machen und gut lade das dann halt noch auf YouTube hoch aber ich möchte halt mehr live machen live macht mir sowieso relativ viel Spaß zur Zeit dadurch dass ich einfach den direkten Content kriege klar gibt's Leute die können nicht immer dann wenn ich kann natürlich dafür ähm gibt's ja einerseits die YouTube Aufnahme und andererseits möchte ich denn auch wenn's unlogisch ist ähm habe ich jetzt glaube ich vergessen einzuschalten für den heutigen Stream wird aber künftig geändert werde ich meinen Stream direkt uploaden lassen heißt ihr werdet in der Historie wie bei anderen Streamern auf Twitch wahrscheinlich schon gewohnt ähm ja den letzten Stream komplett nochmal angucken können heißt wenn ihr keine Zeit habt müsst ihr nicht bei YouTube gucken da könnt ihr auch bei Twitch gucken wenn ihr wollt ja wäre mal so die Frage ähm wie sieht das aus findet ihr das gut würdet ihr auch mal live dabei sein wollen und direkt sagen wollen hey ist doch Quatsch mach das doch mal anders dann kann ich nämlich auch direkt drauf eingehen nicht erst so eine Woche später was ich halt sehr gut finde dazu hat Twitch jetzt auch gerade seine Kommentarfunktion geändert haben habe ich festgestellt durch den Wake Riot das hat er gezeigt ähm finde ich sehr interessant man konnte ja bislang immer den Chatverlauf angucken und ähm also wenn man sich bei Twitch denn so eine alte Aufnahme angeguckt hat einen alten Stream konnte man sich den Chatverlauf davon immer mit anzeigen lassen und zusätzlich haben die jetzt die Funktion reingebracht dass man dabei auch in den Chat weiter reinschreiben kann also quasi eine Kommentarfunktion kann man direkt auf den Chat interagieren oder direkt zu einer Stelle im Video das ist mit einem Zeitstempel verknüpft das wird mir dann auch angezeigt und ähm ja ich glaube das kann auch sehr interessant sein also eine sehr interessante Funktion der Kommentarfunktion finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt sollte man sich mal angeguckt haben so also machen wir mal kurze Bestandsaufnahme hier drüben einmal weghauen hier hier müssen wir nochmal ein bisschen was ausbessern da drin würde ich jetzt auch nochmal ein paar Spikes reinstellen vielleicht zwei rein außenrum bin mir nicht sicher ich will hier eigentlich nicht zu viel Mühe reinstecken denn wie gesagt wir wollen umziehen da kommen übrigens auch viele Kommentare insbesondere von Raven danke dafür hat sich der Thematik Biom und Bauplatz nochmal gewidmet nachdem er mich veralbert und verklopst hat aber hier diese Straßen Problematiken hier die machen mir das wirklich schwer gerade einen Bauplatz zu finden also ich würde am liebsten mal kurz hier Debug Mode einschalten und dann mal ein bisschen über die Karte Höppen und gucken wie es denn woanders aussieht denn so wie es ist gefällt es mir nicht also so einen schönen Bauplatz habe ich für mich jetzt noch nicht gefunden so durchs Holzhaken Level up geile Nummer geil ja ich muss mich mal das wäre auch so ein Ding wenn ich häufiger stream würde würde ich weniger da oben hingucken weil da ist mein Bildschirm mit dem ich sehe was da aufgenommen wird und wenn ich wüsste halt so geil wollte ich auch nicht gucken ist mein Finger drauf es würde mich dann halt sicherer in dem Umgang machen ja also wie gesagt ich habe Bock drauf jetzt seid ihr dran meinung zu erzählen nachzuziehen und jetzt spielen wir 7S to die klopf klopf mit der forge ich meine ich muss vorher den land claim block setzen und wenn ich vorher den land claim block setze dann kann ich im nachhinein die forsch bauen dann geht das nicht andersrum soweit ich weiß soweit ich weiß kann ich aber auch noch gar keinen Stahl gibt es das überhaupt noch ja da nicht Steak Steal Stealschmitten hier da brauche ich Tools Missing 6 diesen blöden land claim block oh hallo Fischkopf Fischkopf streamt auch gerade live ja wie gesagt ich glaube diesen land claim block brauchen wir ich weiß nicht ob das auch nachträglich zählt jetzt befinden wir uns natürlich im Teufelskreis ich will neu bauen will aber nichts intensiv da reinstecken aber ich brauche eine Forge ich habe kein Parkett das mal zum Händler zu latschen vor allen Dingen solange ich kein Minibike habe und jetzt haben wir 40 noch mal 10 das sollte eigentlich reichen dann haben wir noch ein bisschen Holz über kann auch nicht schaden ein ein das ein ist ein ist ist Die pflanzen wir gleich wieder an. Ne, pass auf. Ich glaube, wir machen das ganz einfach. Und zwar werden wir hier einfach eine Fortune setzen. Und dann wenn wir irgendwo anders bauen, bauen wir einfach eine neue. Herrgott, sie sind halt nicht so teuer. Können sie auch noch leer laufen lassen. Auch machbar. Ach, die ist ja auch voll kaputt. Reparieren wir die doch mal. Die letzten hier machen wir jetzt auch noch platt. Genau. Die lassen wir dann einfach hier. Und wenn wir dann umziehen wollen, dann lassen wir die einfach leer laufen. Und dann ist gut. So machen wir das. Doch, so machen wir das. Das klingt nach einem Plan. Denn brauche ich nicht immer zum Händler latschen, wenn ich irgendwas möchte. Und kann einfach mal hier kurz was machen. Dann lassen wir die beim Händler aber leer laufen. Nach der nächsten Horde. Und dann müssen wir uns wie gesagt nochmal mit der Thematik Bauplatz beschaffen. Vielleicht mir für euch Kriterien, die mir wichtig sind. Ich würde gern... Komm, bitte direkt hier. Geil. Geil. Diesmal nehmen wir auch alles mit. Ne, Raven? Du hast gesehen. Wie gesagt, Kriterien, die für mich wichtig sind. Machen wir uns nochmal schnell einen Marker auf die... Trackway Point. Oh, da können wir eigentlich direkt loslaufen. Dann sind wir mit dem zusammen da. Das geht. Kriterien, die für mich wichtig sind. Und ich möchte... Dass... Dass ich so eine Straße hier in der Nähe habe, die mich zu vernünftigen Orten bringen kann. Hashtag vernünftig. Also... Eine Stadt wäre wünschenswert. Händler. Geil. Geil. Die kann ich aber schon, ne? Ist im G-Stock auch cool. Taschenlampe ist gut. Rocket Lounge, den kann man gut verkaufen. Ja. Wir müssen uns generell mal angewöhnen, ein bisschen mehr Geld zu machen beim Händler. Muss den Händler, glaube ich, einfach mal ein bisschen ernster nehmen. Wo waren wir? Prioritäten. Es ist unglaublich mit mir, oder? Ja, also... Ich möchte, wie gesagt, so eine Straße haben, die mich irgendwie zu einem Händler oder eine Stadt führt oder sowas. Also eine Stadt kommt dann ja irgendwann... ...automatisch. Das ist dann ja zwangsläufig an so eine Straße gebunden. Also so eine Händlernähe wäre schön. So eine Straße. Dann dieses Biom fände ich ganz cool. Dieses Grüne. Wird es Nadelwald oder Laubwald oder... Hauptsache grün und schön soll es sein. Ist, glaube ich, auch von der Temperatur her recht angenehm. Und dann so ein bisschen gerade. So wie hier halt auch. Aber das ist halt in der Stadt. In der Stadt ist es immer gerade. Meistens rede ich jetzt Müll? Ich weiß es nicht. Nein, die sind eigentlich immer gerade. Die sind ja so konfiguriert von den Pimps. Gehe ich mir davon aus, dass die das so haben, dass die dann direkt in diesem Gebiet, wo die alles spawnen, dann halt... gerade gebaut werden. Das ist dann so. Das wären so meine Bauprioritäten. Der Bau müsste denn aber auch bald losgehen, denn nach der Tag-14-Horde und die Tag-21-Horde quasi, die werde ich denn im Neubau erleben wollen. Also da traue ich nicht mehr. Ein, zwei Reihen Spikes und ein Haus, was mir scheißegal ist, ob es kaputt geht. Das reicht mir dann nicht mehr. Dann laufen wir mal kurz nach Hause. Schlagen uns nochmal den Bauch voll, leeren die Taschen aus. Ja, ist ja gut. Hier, zack. Kriegen wir noch Wellness wieder. Natürlich nicht. Achso, ich wollte es gerade sagen. Guck mal hier, wir haben schon Locked Locked. Alter, ihr guckt euch das an. Und ich werde ihn nie benutzen. Ich werde ihn niemals benutzen. Niemals benutzen. Der bringt auch recht gut Geld, ne? Ja. Na, pass auf. Dann machen wir es gleich so. Den und den schnappen wir uns und legen wir drüben hin. Ich wollte gerade auf Sortieren klicken. Uh. Das wäre bitter gewesen. Haben wir irgendwas für hier? Glaube nicht. Das, das und das schmeißen wir da ran. Was ist mit der Flashlight? Die ist eigentlich auch richtig gut, ne? Die könnten wir halt auch gut gebrauchen. Die behalten wir auch erstmal. Cowboy Stiefel, 29. Eck. Dann haben wir hier Antibiotics. Eigentlich auch Quatsch. So viele werden wir nie haben. Dann haben wir schon mal nichts mehr für hier. Das und das kann da rein. Warum haben wir noch Leder über? Ist das nicht abgezählt gehabt? Das hatte ich doch abgezählt. Den brauchen wir zum hoch und runter laufen. Das kann da rein, das kann da rein. Was kann da rein sein? Ähm, die Forge, ja. Da traue ich mich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich ran. Ich würde sie gerne aufstellen, aber... Schwierig. Zack. Woodframe. Woodframe. 70 Stück. Die brauchen wir früher oder später. Ehe. Spätestens wenn wir... Verbrennen wollen. Also wir wollen nicht verbrennen, sondern das Zeugs war ja verbrennen. Guckt euch das mal an. Hier richtig schön Eisen vorgelagert. Gute Sache. Diesen Einstein kann ich da oben reinschmeißen. Das können wir da auch rein. Wieder eine Horde oder was? Alter. Noch eine Horde? Hätten auch gerade eine Horde. Komm, jetzt gehen wir nochmal. Können wir hier nochmal? Entschuldigung. Können wir uns mal auf mich konzentrieren? Bitte. Hallo. Wie viele kommen denn hier von euch? Weile müssten wir uns auch nochmal kümmern, ne? Oha. Das war blind. Ja gut, ich habe jetzt keinen Bock hier... Kilometer weit... Du hast mich gesehen? Ich muss schon sagen, der Bogen geht gut, ne? Wenn ich jetzt mal in Knüppelstil hier noch ein bisschen... Können wir euch hier ein bisschen... Kiten? Was ist denn hier los? Möchte jetzt ordentlich fünf Kilometer von der Base weg. Bin auch schon wieder fünf Minuten in der Überlänge. Aber ich kann euch ja jetzt nicht hängen lassen, ne? Also... Geht ja jetzt auch nicht. Naja. Dann kloppen wir hier nochmal ein bisschen drauf rum. Oh, sage mal. Ihr könnt mich aber auch leiden hier, ne? Sagt mir mal bitte, wie soll ich hier vernünftig Feierabend machen? Mäuschen, du bist nicht dran. Der da. Dich können wir auch so. Klar. Natürlich. Natürlich wollen wir jetzt auch noch ein anderes Wetter haben. Nee. Ist nicht. Wir gehen wieder in die Sonne. Achso. Das war knapp. Der hätte ich mich gefragt. Was ist denn hier los? Mäuschen, hier bin ich. Danke. Hallo. Wie viel kann der denn ab? Reicht jetzt auch mal? Der bringt, glaube ich, richtig Skillpunkte während den. Endlich. Danke. So. Haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe hier? Gut. Dann. Freunde. Es war mir ein Fest. Und ich gehe jetzt noch mal ein bisschen auf Leichensuche. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.